Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Wenn Menschen krampfhaft irgendwas hassen wollen, zum Beispiel Anime, nur weil manche Leute Anime nicht mögen, beginnen sie es extrem zu hassen und wollen es jedem ausreden. Warum? Lass den Leuten doch ihren Spaß. Sie tun doch niemandem weh. Ich verlange ja nicht mal, dass du dir mal ein Anime anschaust. Aber mach mich doch nicht dafür runter, dass ich es schaue und mag.